Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, wir sind natürlich wieder im Löwenkäfig und zu meiner Seite der inzwischen internationale DJ Tamay. Hi Tamay. Hi, du bist ja schon öfters im Löwenkäfig, du hast ja früher auch bei den Lions gespielt sogar. Deine Events, jetzt momentan Resident DJ Hookup Festival und No Hugs Events. Aber erzähl mal, wie findest du es denn hier bei den Lions? Also meiner Meinung nach safe 10 von 10. Ich bin hier fast jedes Heimspiel und es macht immer wieder Spaß hier zu sein. Es wird immer nice am Ende so vom Spiel. Es gibt ja das Gerücht, dass sich so einige Spieler auf deinen Events in Clubs befinden, ab und zu nach gewonnenen Spielen natürlich nur. Jetzt die Frage, wer hat den größten Swag oder wer ist der beste Tänzer der Mannschaft? Also größter Swag geht auf jeden Fall an Jason und der beste Tänzer ist Dominik von Waden. Safe. Dominik von Waden, der Twister. Ich danke dir, viel Spaß heute und man zieht sich. Ciao, ciao.